Schokomo und Feider heute einen 14-Stunden-Stream machen. Was? Ich bin dafür, dass Schokomo und Feider heute einen 14-Stunden-Stream machen. Ne. Das krieg ich nicht hin. Heute einen 24-Stunden-Stream. Ein Dooser-Drick, das klingt super. Ich glaub, das überlebe ich auch nicht. Feider, ey, hau bloß ab. Wie bist du denn? Neben mir? Neben dir. Ich hab schon wieder Panik. Überhol einfach. Ja, da. Nein. Ihr seid doch. Geil, ey. Ich kann nicht fahren. Weißt du? Ich soll weggehen, ne? Aber du, haut mich raus. Ich bin euch auch noch hinten reingefahren. Der eine hat sich links abgeschossen und der andere rechts. Von Teamarbeit, ja? Oh, nee. Das sah geil aus. Ich bin jetzt so auseinandergegangen. Wie in dem einen Video hier mit der Haftbombe, wo ihr beide, der eine fliegt nach links und der andere nach rechts. Ach ja. Ja, stimmt. Ich kann nicht mehr fahren, ey. Scheiße, wo muss ich hier? Ich seh nichts mehr. Jetzt hab ich auch nur noch ein halbes Auge. Wofür ich denn hin? Oh, scheiße. Oh, Gott, nee. Ich glaub, heute Abend mach ich doch GTA. Hast du auch Lust? Vielleicht. Gott, da krieg ich ja wieder Bauchmuskelschmerzen. Das war letztes Wochenende schon so übel. Ich sag ja, ich hab lange, ich hab lange mehr gelacht. Ich werd in der Auge. Goodbye direkt, ja. Ja, ich hab Dosa abgeschossen. Ich kann nicht mehr fahren, Walter. Ich hab Pipi in den Augen hier voll lachen, ey. Ich seh nichts mehr. Ey. So, jetzt bin ich wenigstens auf dem dritten. Macht ihr mal. Bin ich kein Hindernis mehr hier. Der geilste Start überhaupt, ey. Scheiße. Oh, 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 oh. Ich versuch schon nicht so wie Fighter da rein zu semmeln, ey. Ich hab dich gesehen. Was willst du machen hier? Bist du runtergefallen? Ja. Du sagst, warum brennst du? Ey. Das ist ein Frechtax hier. Komm, wir machen's hier. Ach, das ist das, was er vorhin bei mir auch gemacht hat. Wo ich dann den Sprung nicht geschafft hab. Da bremst du einfach. Oh, als er hat Dosa. Da muss mal angeschoben werden. Ja. Ja, das ist Ballett hier. Das nennt man Autoballett. Das geht. Guck mal, ist das schön. Wer ist das vor mir? Chagumo, oder? Ja, beide. Dosa ist auch hier. Ja, genau. Hallo. Oh, du Dosa. Er bleibt einfach wieder stehen hier. Fahr. Mit seiner Vollbremsung da auf einmal. Wow. Was sind das für Dinger? Oh. Ist das für ne Strecke hier? Oh, Verschrichtung. Oh. Die ist wahnsinnig, die Strecke. Ey. Hallo. Oh Mann, ey. Boah, das war doch blöd. Wie blöd kann man eigentlich auf... Ja, danke, Vater. Ey, du hast mich aber gut aufgefangen. Oh. Huch. Ey. Ich bin nur vorbeigefahren. Warte mal, ich krieg euch gleich. Eieieieieiei. Was ist das denn hier? Du bist doch schon wieder weg, ne? Ja. Ja, ja. Gott sei Dank. Oh, 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 oh. Boah. Boah, wie viel Pfosten und Laternen kann es eigentlich geben hier, wo Gefahr besteht, dass du davor semmelst. Mein Gott. Oh, doch, er hat geparkt. Hallo. Habe ich gerade gesehen. Der kam nicht da links auf der Mauer rum. Hast du das gesehen? Ja, ja. Der stand da. Scheiße, ey. Da sitzt du wieder, die bekloppten hier. Erst noch. Ich lasse noch. Ja, der erst noch. Wir sind zusammen das Ziel. Du seid doch schon da, schon da oben. Vorbeizfahren. Geilstes Rennen bist du jetzt, muss ich echt sagen. Wie gut war ein Dosa gerade auf der Mauer da. Wie die auseinandergeflogen sind, ne? Oh, ich bin die Queen. Ja, Prinzessin, ey. Voll der Rambo, aber... Ich habe gerade getrunken, gerade. Also, heute Abend GTA ist klappt geschlossen, ja? Ja.